Der Wurm. Eine Geschichte von Ljuba Stille. Paul und Luisa sind Geschwister. Sie verbringen ihre Ferien bei ihrer Oma. Ihre Oma lebt in einer anderen Stadt, in einer Wohnung, in einem großen Block. Jetzt sitzen Paul und Luisa auf einem kleinen Mäuerchen im Hof, der zu der Wohnung gehört, in der ihre Oma wohnt. Und sie beobachten die Kinder, die im Haus wohnen. Das sind Max, Thomas, Peter und Steffi. Sie nennen sich die Expedition 7. Und immer wenn sie zusammenspielen, erleben sie furchtbar aufregende Abenteuer. Sie finden Schätze, sie entdecken neue Länder und sie kämpfen mit Menschenfressern und viele andere Sachen mehr. Im letzten Jahr, als Paul und Luisa bei Oma Urlaub gemacht haben, hatten sie gefragt, ob sie mitspielen dürfen. Aber Max, der Anführer der Expedition 7, hatte gesagt, Nein, ihr seid noch viel zu klein. Sie waren enttäuscht damals. Aber sie haben halt miteinander gespielt. Denn eine Woche Ferien bei Oma ist allemal klasse. Jetzt sitzen also Paul und Luisa wieder auf ihrem Mäuerchen und sie schauen der Expedition 7 zu. Sie schauen sich an und sie denken, Dieses Jahr sind wir ein Jahr älter. Dieses Jahr sind wir nicht mehr zu klein. Und Paul fasst sich ein Herz, erhüpft vom Mäuerchen und geht hin zur Expedition 7 und sagt, Hallo, darf ich dieses Jahr mitspielen und Luisa auch? Die Kinder der Expedition 7 verstummen. Alle Augen richten sich auf Max, den Anführer. Und Max schaut Paul an. Max schaut Luisa an. Dann huscht ein gemeines Lächeln über sein Gesicht. Er beugt sich nieder zum Boden und hebt ein Stöckchen hoch. An dem Stöckchen ringelt sich ein Regenwurm entlang. Er hält ihn Paul und Luisa vor die Nase und sagt, Na klar dürft ihr mitspielen. Aber nur, wenn ihr diesen Regenwurm esst. Was? Paul und Luisa glauben, sie hören, sie trauen ihren Augen, ihren Ohren nicht. Sie glauben, sie hören nicht richtig. Was, meint er? Wir sollen den Regenwurm essen? Luisa tippt sich an die Stirn. Ihr spinnt wohl. Paul sagt, ich, aber er möchte so gerne mitspielen. Er kann nicht, er möchte so gerne mitspielen. Er kann doch jetzt nicht einfach Nein sagen. Max sagt, wir machen eine Expedition auf eine unbekannte Insel. Dort gibt es nichts zu essen, außer Würmer. Ja, sagt Steffi. Und wenn ihr den esst, dann wissen wir schon, dass ihr nicht verhungern werdet. Luisa schüttelt den Kopf. Ich gehe lieber mit Oma spielen, sagt sie, dreht sich um und geht. Feigling, ruft Max ihr hinterher. Aber das hört Luisa nicht mehr. Aber Paul hört es. Also ich, ja, nun mach schon. Wir haben nicht so viel Zeit, sagt Max. Also ich, und er hält ihm den Regenwurm unter die Nase. Vor seinem Gesicht wird der Wurm immer größer. Paul schaut ihn ganz genau an. Er schaut ihm in die Augen. Nein, ich kann doch nicht. Aber ich möchte so gerne mitspielen, denkt er. Dann muss er schlucken. Und er dreht sich um und rennt davon. Das Gelächter der Expedition 7 begleitet ihn. In seinem Zimmer angekommen, wirft er sich aufs Bett. Er ist so wütend auf sich. Ich hätte nicht so lange zögern dürfen. Ich hätte dem Wurm nicht ins Gesicht schauen dürfen. Ich hätte ihn einfach nur schlucken müssen. Verdammt, ich will kein Feigling sein. Denkt Paul, ich will kein Feigling sein. Ich will mitspielen. In dem Moment kommt Luisa in das Zimmer, grinst und sagt, Würmerfresser. Feigling, sagt Paul. Lieber Feigling als Würmerfresser, sagt Luisa. Und dann springt Paul auf sie. Sie erknufft sie. Sie schlägt zurück. Sie kratzen sich. Es ist ein wilde Prügelei, die damit endet, dass Oma natürlich den Streit unterbricht. Sie kommt ins Zimmer. Was ist denn hier los, sagt sie. Und die beiden sitzen auf dem Bett und schluchzen. Paul hat eine dicke Schramme auf der Wange. Offenbar ein Kratzer von Luisa. Aber er hat auch ein Büschel von Luisas Haaren in der Hand. Beide weinen. Was ist hier los, will die Oma wissen. Und Paul denkt, hoffentlich sagt Luisa nichts von den Würmern. Ich will gar nicht wissen, was Oma vom Würmeressen hält. Aber sie sagt nichts. Sie sitzt nur da, stumm und traurig. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück springt Paul auf. Er rennt runter in den Hof zur Expedition 7 und er wird begrüßt von Max. Na, heute schon Würmer gefrühstückt? Der hält ihm wieder den Wurm hin. Und Paul nimmt ihn, legt seinen Kopf in den Nacken. Er macht die Augen zu und den Mund weit auf. Er lässt den Wurm in seinen Mund fallen und schluckt ihn herunter. Max, Peter, Thomas und Steffi trauen ihren Augen nicht. Saubere Sache, sagt Max und klopft Paul auf die Schulter. Wahnsinn, sagt Peter und klopft ihm auf die andere Schulter. Wow, sagt Thomas. Und Steffi schüttelt einfach nur ungläubig den Kopf. Sie nehmen Paul in ihre Mitte und Steffi ruft, Auf geht's, Expedition 7! Wir stechen in See! Und den ganzen restlichen Tag erleben sie viele aufregende Abenteuer. Beim Abendessen erzählt Paul von allem, was er erlebt hat, den ganzen Tag über. Es war ein aufregender Tag. Oma lächelt und Luisa ist neidisch. Sie möchte auch mitspielen, aber ich will keine Würmer fressen, denkt sie. Aber toll wär's schon, mitspielen zu dürfen. Am nächsten Morgen passiert dasselbe wieder. Paul springt nach dem Frühstück auf, rennt hinunter zur Expedition 7 und den ganzen Tag spielen sie miteinander. Und Luisa? Luisa hockt auf dem Stuhl und ist traurig. Sie denkt darüber nach, wie sie mitspielen kann. Sie ist neidisch auf Paul, aber sie will keine Würmer fressen. Dann setzt sich Oma zu ihr, die natürlich bemerkt, dass etwas mit Luisa nicht stimmt. Schatz, sagt Oma, was ist los mit dir? Luisa schaut Oma an und beginnt fürchterlich zu weinen. Sie schluchzt und als sie sich etwas beruhigt hat, sagt sie, Oma, Oma, ich möchte so gern mitspielen. Ich möchte mitspielen, wirklich. Ich möchte mitspielen, aber ich kann doch keine Würmer fressen. Das ist doch nicht in Ordnung. Und Oma nimmt Luisa in den Arm. Sie beruhigt sie. Schhh, mein Schatz, alles ist gut. Dann zwinkert sie Luisa zu, geht zum Schrank und holt eine Tüte heraus. Sie gibt sie, Luisa, und flüstert ihr etwas ins Ohr. Ich kann aber nicht verstehen, was es ist. Aber Luisa hört auf zu weinen. Ein Lächeln macht sich auf ihrem Gesicht breit und sie beginnt zu strahlen. Sie steht auf, macht ihre Schultern ganz breit und ihren Rücken gerade, zieht sich an und geht hinunter zur Expedition 7. Na, schon Würmer gefressen, sagt Max. Ich esse keine Würmer, sagt Luisa. Hier, nimm den! Max hält Luisa den Regenwurm wieder unter die Nase. Ich esse keine Würmer. Ihr habt auch keine gegessen. Das stimmt, sagt Paul empört. Das stimmt. Ich bin der Einzige, der hier einen Wurm gefressen hat. Los, ihr müsst auch! Da wird Max ganz still. Er weiß, die beiden haben recht. Thomas schaut betreten auf seine Füße. Peter wird bleich und Steffi schüttelt nur leise den Kopf. Sie alle wissen, dass Paul der Einzige ist, der einen Wurm gegessen hat und dass das unfair ist. Und sie wissen, sie beiden haben recht. Also los, sagt Paul. Los, ihr müsst auch einen Wurm essen. Da fängt Luisa an zu lächeln. Sie grinst über das ganze Gesicht und holt aus ihrer Tasche die Tüte heraus, die Oma ihr gegeben hat. In der Tüte sind lauter Gummimwürmer. Sie nimmt einen gelben, steckt ihn in den Mund und schmatzt und kaut keck. Dann bietet sie jedem der Kinder einen eigenen Wurm an. Und die lächeln erleichtert. Puh, saubere Sache, sagt Max. Wow, sagt Thomas. Danke, sagt Peter. Und alle sind sehr erleichtert und lächeln sich an. Nur Paul nicht. Paul ist wütend. Ich bin der Einzige, der einen Wurm essen musste. Das ist nicht okay. Aber die anderen fünf Kinder ziehen zusammen los. Auf geht's, Expedition 7. Auf geht's, wir stechen in neue, neue Abenteuer auf. Jetzt geht's los, ruft Steffi. Und während sich die fünf auf den Weg machen, versteht Paul, dass er nicht wütend sein muss. Tatsächlich ist er ganz schön stolz auf sich. Denn ich, denkt Paul, ich bin der Einzige, der wirklich einen Wurm gegessen hat. Ich bin der Einzige, Wenn